Konfekt. Als Konfekt bezeichnet man feines Süßwaren, Pralinen, süßes Kleingepäck. Ursprünglich war Konfekt ein Wort aus der Apothekersprache. Konfekt kommt vom Lateinischen. Konfigäre. Und Konfigäre heißt etwas zusammenstellen, etwas zusammenbreiten, etwas fertig machen. Und Konfektum ist das zusammengemachte und so ist Konfektum eine vom Apotheker zubereitete Arznei, ein Medikament, typischerweise etwas, das aus mehreren Stoffen hergestellt wird. Und damit diese Arznei auch gerne gegessen wird, wurde sie mit Sirup oder Mousse verrührt, sodass das also gern gegessen wurde. Und daraus ist dann entstanden, das bedeutet Konfekt, als Zuckerbäckerware, auch als eingemachte Früchte. Es gibt sogar die sogenannte Konfiserie, das heißt die Darstellung von Konfekten. Und die Konfiserie ist natürlich dann ein ganzes Geschäft, das verschiedenes Konfekt vertreibt.